Magst du die Truhe öffnen? Bin ich sicher. Würfel! Ja, wie meint. Ich bin nicht sicher. War doch eigentlich ganz gechillt. Was denn? Wie oft muss ich denn würfeln? Du hast es bestimmt am Ende schon. Uh. Uh. Ja, nice. Das ist auch noch eine Mali-Wahn. Voll gut, ey. Jetzt geht's ab. Jetzt eskaliere ich. Nee. EP sind mir lieber. Aber... Die Mali-Wahn sind halt alle ziemlich gut, finde ich. Ich hab gerne die Mali-Wahn. SMGs. Ich will raus aus diesem Keller. Ja, der ist so bedrückend. Da geht's doch hoch. Guck mal. Das ist der Temple of Misworship. Warship. Wawawawawawawawawawawawawawawawawaw Ich bin das. Ja, das ist so schwer. Lirumlarumlöffelstiel. 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 Was? Hat er es gesagt? Ja, der hat gesagt, Lirumlarum Löffelstiel, der Hexer. Was ein Sauber. Stimmt voll stark. Irgendwas mit Histe, Mause tot gleich biste, hat der jetzt gesagt. Das habe ich leider nicht verstanden. Alter, was ist das denn? Ich weiß es nicht. Oh, ein Feuermagier. Der ist natürlich resistent gegen Feuer. Gut, ich kann hier gegen ein Bild mit Witzen, kann ich zurück schlagen. Was geht denn hier ab? Was ist das? Der macht halt einen Laserstrahl. Nee, der hatte mich irgendwie so gefangen. Ich konnte gar nichts mehr machen. Ach so, wenn die so einen komischen Kreis auf dich schießen, so eine Kugel auf dich schießen, dann spawnt dort, wo die Kugel aufkommt, ein Kreis. Dann musst du rausspringen. Der ist resistent gegen Magie, der normale. Aber das Aufjätze. Der ist... Ach nee, jetzt macht er hier Eisregen oder so. Was ist denn das? Ja, die gehen ab, die Magier. Die sind ziemlich krass. Die sind halt Magier, ne? Ich fände es cool, wenn es ein ganzes Spiel nur so gäbe. Bett ist Feuermagier. Alter, was war denn das jetzt hier? Komm her. Nein, ich sterbe. Ich sterbe. Du stirbst in einem anderen Tag. Achtung, du bist auch gleich tot. Oh. Oh, der hat einen Feuerphönix beschworen. Jetzt geht's aber ab, her. Alter, was ist denn hier los? Mein Gott. Hier ist überall alles voll. Feuerphönix, her. Was passiert denn hier? Was will denn da mit Feuerphönixen? Die können doch gar nicht. Und wo ist der Magier jetzt? Ach, hier ist er. Alter. Was zum Henker? Was ist denn für eine Feuernova? Stirb, du Pisser. Stirb einfach. Stirb. Komm schon. Na, Gott sei Dank. Okay. Kotelett-Sendwiches. Das gibt's ja sehr... Ach so. Ach so. Die Magier droppen die Granaten. Eine Magier hat Blitzschlag getroppt. Der droppt Feuerball. Okay. Deine Granate heißt Blitzschlag. Okay. Sehr witzig. Unmöglich. Unmöglich. Du siehst doch, du Kackfass. Pium. Ich glaube, das ist ziemlich cool. wenn man die richtig trifft. Diese Kugel. Oh. Was geht denn mit dem? Alter, was geht denn mit dem ab? Bist du behindert oder was? Magisches Massaker. Ich glaube, wir haben alle getötet. Bist du dir sicher? Ja, irgendwie kommen wir jetzt keine mehr. Wir reden. So, ich muss erst mal scan hier. Genau. Ich glaube, das könnten wir tun. Auch. So. Skills. Da. Das. Badass Token. Tja. Granatenschaden. Nahkampfschaden. La la la. Nahkampfschade. Tjum. Tjum. Oh, oh. Oh, Badass-Hexer? Badass-Feuer-Magier? Ach du Scheiße, lauf um dein Leben. Lauf! Komm schon, komm schon, komm schon. Kugel, kugel. Ich hab's auch nicht getroffen. Komm, erst den Badass-Hexer pass auf. Du bist wieder gefangen. Aua. Death Trap 1, Fratzen 0. Komm, blöder Badass-Feuer-Magier-Spaß-Die-Typ. Still durch mein Kurs. Cool, wie der da oben rumfliegt und mit seinen... Ja. Das war wieder mal eine Feuer-Nova. Ach, du bist direkt wiederbelebt worden. Auch nicht schlecht. Eigentlich wollte ich nur hier hochgucken und schauen, ob hier eine Truhe ist oder so. So, der hat fallen lassen. Stromschlag. Au, Scheiße, ist klar. Hier ist eine Truhe. Ja, eine Truhe. Auch eine Truhe. Ich sag doch, Stromschlag, Feuer... Ne, Blitzschlag, Feuerprall. Der ist ja süß. Ja, die Truhe ist niedlich, ne? Mich täuscht du nicht, Bettass-Rang 1. Super. Hat der Blaue auch verfallen lassen. Ah, wieso komm ich denn jetzt nicht herauf? Jetzt muss ich ja außenrum laufen, oder was? Lalalalalalalala... Außenrum, ich weiß es nicht. Ich guck mal grad... Nee, keine Pstole. Nicht? Nee, aber du kannst trotzdem nennen, dies scheiße. Oh, stimmt, das ist so ein bisschen. Beziehungsweise interessiert mich nicht. Ich guck jetzt mal noch dort hinten auf die Brücke, was so abgeht. Hallo? Ist hier noch was? Die reinste Krampokalypse. Hier ist noch zu. Hier ist noch zugeschlossen. Da kann man noch nicht durch. Und hier hoch. Wo geht's da hin? Ach, hier ist nur eine Kiste. Das ist bestimmt wieder eine böse Kiste. Ich frau mich doch, wie man das rausfinden kann. Ob das eine böse Kiste ist, oder? Nicht? Nee, ist eine gute Kiste. Wo bist du denn jetzt? Du bist schon hochgelaufen. Ja, aber... Hier ist nur eine Kiste. Oh, das ist Leckpistole. Ich glaub, die nehm ich mal. Die Explosionspistole, da ist nicht so wahnsinnig gut. Und dann ist noch Schrotflinte drin. Oh nee, hier will ich nicht runterspringen. Das muss man natürlich nicht vergessen. Hier geht's weiter. Da kann ich wenigstens ein paar Slacken. Slackety-slack-slack. Hallo? Ah, hier bist du. Judi, ach so. Nix. Nix Schlimmes. Huch. Bing. Bing, bing, bing. Oh yeah. Da, da, da. Dum, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum. Dum. Dum, dum. La, 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 und hier geht's weiter. Hilf mir! Hilf mir! Da ist ein Licht, dem wir höchstwahrscheinlich folgen müssen. Das Licht hast du bis jetzt noch nicht gesehen. Ach, ich. Jedes Mal, wenn's Hilf mir gesagt hat, war das Licht da und schwebte da so rum, ja? Das Blaue. Oh, das wäre mir nicht aufgefallen. Wollen wir hier schon mal? Ne. Ne. Ich seh da ein verstärkt... Oh. Ich seh da Skelette. Da ist ein verstärktes... Äh, wahr? Ups, da ist ein Skelette hier. Da ist eins von diesen hetzenden Scheiß... Oh shit. Oh shit. Ich glaub, das überlebe ich nicht. Ey. Was soll denn der Mist? Respekt für den Robot. Alter. Stirb doch einfach, meine Fresse. Kannst du mich einfach verrecken? Geh doch. Oh shit. Ach so, der geht auf deinen Roboter. Robibo. Bibo, Robi. Hast du Pflaster. Was ist mit dem hier? Ah. Skelette-Schwertkämpfer. Stirb, du Eimer. Ah, hier hab ich auch eine Kugel. Komm schon, komm schon. Bleib doch da. Ach, so ein Müll, ey. Das ist so ein Quatsch. Huch. Irgendwann muss jemand, wo der nervt. Hier sind noch ganz viele Kisten irgendwie. Sie sollen büßen für das, was sie uns angetan. Oh. Guck mal. Ja. Ein Imitator. Der imitatiert eine Kiste. Und du bist drauf reingefallen. Oh. Oh, guck mal. Ein Raketenwerfer. Und was ist hier hintergeflogen? Oh, shit. Oh, fuck. Ein Selbstmordskelett. Oh. Ganz viele Selbstmordskelette. Eine Armee-Selbstmordskelette. Ach, du Scheiße. Ja. Töte sie, schnell. Ich versuch's ja. Oh. Puh. Oh, nee. Was passiert denn hier? Oh, Gott. Unsterbliches. Mann, Hilfe. Wieso kann ich denn dem nicht einen scheinen Scheiß-Schwert aus dem Rücken ziehen, mein Gott? Fickt euch doch. Nee, mich hat grad so ein Selbstmordskelett in die Luft gejagt. Ein zweites rennt hier noch rum und ich bin so schnell tot. Das ist doch nicht normal, ey. Bin in zwei Sekunden war ich jetzt tot. Meine Güte. Und die Quest ist für Level 30, ne? Guck mal, ein verstärktes Skelett. Die halten da wenig ganz schön viel aus, ey. Achtung. Na ja, hier ist noch so ein E-Ziehen. Hab ich jetzt gezogen. Oh, 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 lass mich doch mal vorbei. Noch ein verstärktes Skelett. Und jetzt kratze ich mir dein Gesicht von den Fingernägeln, weil die Skelette auch so viele Fingernägel haben, ne? Piks, Piks, Piks. Ach du Scheiße. Jetzt haben wir ja noch Bett-Skelette. Oh, what the fuck. Schmeiß Granaten. Mach ich doch grad schon, wie irre. Wie du rufst. Kriegst du das tot? Gut, gut. Wie? Da ist noch so ein Magier-Typ, sieh. Vorsicht. Oh, ich weiß noch. Hör das glöd. Ja, der Magier macht mehr Schaden als das Bett des Drecksvieh. Na, öffne deine Adern. Super, scheiß Waffe. Na, willst du mal deine Adern öffnen? Ach nee, oder? Skelettseher. Die sind so ätzend, die Viecher. Zum Glück sind die schnell tot, ey. Die blinken sich nun her, das ist so doof. Alter, was geht mit dem ab? Kannst du mal die Klappe halten? Ey, was ist denn hier los? Skelett-Schwertkämpfer kommt übelste Sorten angestürmt. Rastet komplett aus und ich schieße die Raketen ja in die... Mann, 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 Mann. Hey! Dämlicher Skelett-Seher. Ist da jetzt noch einer, oder was? Irgendwo ist noch einer. Komm, jetzt ist er tot. Gartem. Noch einer. Ja. Sie müssen mal finden, oh. Da. Schlecht. Wieder weg. Wieder weg. Hast du das Schwert... Die Schwertwaffe, oder was? Hä? Die Schwertwaffe? Welche Schwertwaffe? Das klang so wie die Waffe, die du dir das Schwert auf erschießt. Ähm, ja, ich glaub schon. Die von... ... 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 Oh, glaub ich, ja. Ne, die, ich meine, war eigentlich die von Roland, aber naja. Würfelst du? Wieder? Ja, Moment. Hast du schon einmal gewürfelt, oder schon zwe... ... hast du beides schon mal probiert, oder? Oder hast du immer zweimal gewürfelt? Hm, ich glaub, einmal hab ich einmal gewürfelt, aber... ... sonst... Ich glaub, das lohnt wirklich, nur einmal zu würfeln. Hm, mach ich den noch. Weil jetzt hast du zweimal gewürfelt, dass auch nur eine 10 rausgekommen ist. Ich bin der nächsten Kiste, ja. Oh, hast du wieder auf so'n Ding draufgesappt? Ja. Ich wär noch nicht dazu. Ich sag, wo die Orientierung wird verloren. Das ganze Geding ist in meinem Bildschirm. Hallo, Skelettbogenschütze! Pam, 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 pam. Wie viel die auch aushalten, ey. Ich weiß nicht, mit was Mutti... ... mit was vom Elementar schraten Mutti gut. Ach, das funktioniert super. Ach, zu wem denn sonst? Warte kurz. Ein kleiner Schubser. Und dann machen wir noch den Skelettbogenschützen weg. Und den verzaubernden Skelettbogenschützen. Kommt jetzt aus jeder Tür einer raus, oder was? Hallo? Hallo? Hier ist jeder rein. Ah, da kommt wieder einer. Keine Ahnung, mit was Mutti den Skeletten am besten beirückt. Beirückt? Ja. Keine Ahnung. Hallo? Dann laufen sie ja trotzdem noch weiter. Hii. Ich dachte jetzt irgendwie, das fährt nach oben. Ist es ja auch. Ja, aber ganz nach oben. Und ich dachte, das zerquetscht uns oder so. Ne, ach, ne. Bei den Verstärkten zum Beispiel war ich gar kein Damage. Aber das geht wahrscheinlich dann gegen Panzerung, oder nicht? Nö, das hat vorhin auch mit der Panzerungswaffe, habe ich dem keinen Schaden gemacht. Was willst du alle beide? Ich habe keine Ahnung, ich wollte es eigentlich töten, damit ich wieder volles Leben habe. In dem Moment bin ich gestorben. Was ist denn das eigentlich gerade für eine Waffe? Was hat sie mir jetzt für eine Waffe angelegt? What the fuck? Du hast bestimmt die Elektrowaffe von der Moxie wieder verloren. Geht ich aber gerade gar nicht an. Und dann weiß ich auch nicht. Das ist äußerst mysteriös. Jetzt ist Bürgerzeit. Ach was, ein feuriger Schädel. Da fuck? Was war denn das? Ich weiß es nicht. Ein feuriger Schädel. Oh man. Hallo? Ist da wer? Kurbel, kurbel. Alter, wie groß ist denn das Gelände hier? Hm. Eigentlich gar nicht so groß, wie es aussieht. Sehr eigenartig. Geht wahrscheinlich immer nur um. Hall of the Dead. Juhu. Aber nur im Kreis. Das klingt sehr verlockend. Von heute auf verschiedenen Etagen. Jaja, klar. Aber ist trotzdem krass. Hm. Hier, ich nehme mal die Panzerungswaffe, glaube ich, noch. Gegen die Elektroschadenwaffe. Vielleicht ist doch ein bisschen mehr aus, gegen die. Wo? Ach, dort. Hm. Naja, Speicherpunkt. Nur so ein Wiederbelebepunkt. Ja. Eigentlich ja. Wiederbelebepunkt. Oh fuck. Oh fuck. Vermutlich deshalb. Oha. Schon wieder so ein dumm Schädel. Ja. Deswegen habe ich ja oh fuck gesagt. Alter. Was war denn das? Der Schädel ist halt durch mich durchgeflogen. Die haben mich halt schon ein paar Mal getroffen. Da hatte ich wenig Leben und dann ist er durch mich durchgerauscht. Ich sehe rot. Ein übelstes Labyrinth hier. Ey, das ist Wahnsinn. Ja, naja, eigentlich geht es ja immer nur eine andere Richtung. Ja, es geht immer nur im Kreis hier und du kommst irgendwie nie zu dem Ende. Das ist verrückt. Oh. Super. Das habe ich jetzt unbedingt gebraucht. Also gegen Spinnen ist die Granate echt richtig gut. Spinnen sind wohl gegen schockanfällig oder wie? Ich weiß nicht, aber die sind auf der Stelle tot. Na gut, ich glaube, die meisten Spinnen haben einfach nicht viel Leben. Was denn? Die sind so eklig. Ach so. Ich dachte, es wäre jetzt irgendwas Schlimmes passiert. Zum Beispiel, dass ich wieder fast verrecke hier. Wenn ich beim nächsten Schlag tot bin. Super. Zeit für ein paar Kopfwunden. Hallo? 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 Wo sind wir hier? Ja, wir sind gleich endlich da. Das glaube ich nicht. Das Ding ist größer. Meinst du nicht? Wird aber mal Zeit. Oh, guck mal. Micromancer. Rechtmäßiger, böser Totenbeschwörer. Bitte, miss. Das ist ja richtig geil. Ich glaube, das ist auch gut für deinen Sniper-Gedöns. Kritschaden, Waffengenauigkeit. Jetzt bin ich rechtmäßiger, böser. Und du, verbrannter Toast, ne? Du bist rechtmäßiger, böser Totenbeschwörer. Also bei mir steht nur rechtmäßiger Böser. Ne, bei mir steht da Totenbeschwörer noch da. Aber es ist auch irgendwie seltsam, weil böser klein geschrieben ist. Das heißt, es muss ja noch irgendwas danach folgen. Ja. Vielleicht steht das bei dir unter dem Level halt, dann passt nicht mehr hin oder so. Weiß nicht. Ja, das kann sein. Aber bei mir links oben steht Totenbeschwörer noch da. Die reinste Krumpokalypse. Das letzte Krumpet. Muss davon irgendwo sein, so wie es aussieht. Ja, sag ich ja. Aber das ist nur das letzte Krumpet. Die Map ist immer noch nicht... Guck mal, ich gehe mal auf M, wie viel da noch fehlt von der Map. Mal gucken mal, da hinten ist ein Totenbeschwörer. Dring! Ja, wenn überhaupt. Totenbeschwörer, stirb! Ey. Ey, habe ich gesagt. Oh, versteckte Splitt. Ich komme! Im Nahkampf... Alter, im Nahkampf haben die immer keine so wirkliche Chance. Da sind die so schnell tot. Alter.